Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Deloitte Future Talk, dem Podcast rund um Zukunftsthemen. Mein Name ist Alexander Börsch und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In unserer heutigen Folge geht es um das Metaverse. Wir besprechen, was heute schon im Metaverse passiert, wo die vielversprechendsten künftigen Anwendungsfelder liegen und wie weit wir eigentlich auf dem Weg ins Metaverse bereit sind. Daneben geht es darum, welches die Stolpersteine für das Metaverse sein könnten und auch wie sie überwunden werden können. Mein heutiger Gast zu diesem Thema ist Peer Wörbel. Peer hat seine Karriere in einem Startup gestartet, hat bei verschiedenen Agenturen gearbeitet und ist 2017 zu Facebook bzw. Meta gewechselt. Er ist dort Creative Agency Partner und unterstützt die Kreativindustrie bei ihrer Transformation in Richtung digital. Sein Fokus liegt dabei auf Innovationsthemen wie Virtual und Augmented Reality sowie dem Metaverse. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Gespräch. Ich begrüße euch heute wieder aus München und am anderen Ende der Leitung aus dem hohen Norden aus Hamburg zugeschaltet ist Peer Wörbel. Peer, herzlich willkommen beim Future Talk. Moin Alexander, danke dir, dass ich dabei sein darf. Wir wollen uns ja heute über das Metaverse unterhalten und inzwischen gibt es wahrscheinlich niemanden mehr, der den Begriff noch nicht gehört hat, zumindest im letzten Jahr. Davor war es eigentlich ein Thema für Spezialisten oder teilweise auch für Literaturliebhaber. Trotzdem gibt es noch große Unklarheit, was das Metaverse jetzt eigentlich genau ist. Vielleicht können wir mal anfangen, indem du unseren Hörern erklärst, was ist denn der Kern des Metaverse, worum geht es und wo stehen wir da ungefähr in der Entwicklung? Genau, also ich habe da für mich mittlerweile eine relativ einfache Definition gefunden, weil die Definitionen gehen weit auseinander. Wie du schon sagst, es ist noch sehr dynamisch im Moment. Jeder hat mal davon gehört und jeder findet auch häufig so seine eigene Variante davon. Die griffigste für mich ist in der letzten Zeit eigentlich geworden, dass es einfach eine begehbare Variante des Internets ist. Also ich kann da reingehen. Das bedeutet eigentlich, das können auch 2D-Räume sein, aber wenn wir über die Maximalvariante vom Metaverse sprechen, dann sind das eigentlich virtuelle Welten und virtuelle Räume, in die wir eintauchen. Und deswegen ist für mich der griffigste Begriff eigentlich zu sagen, hey, das ist die begehbare Version des Internets. Und wo wir da gerade so stehen, ich würde sagen, ganz am Anfang, wenn es um das Thema wirklich VR geht, denn da hat sich die Technologie jetzt gerade so weit entwickelt, dass es deutlich günstiger geworden ist. Ich vergleiche das auch immer mit dem Launch vom iPhone. Das ist so 15 Jahre her und ungefähr da stehen wir so in der Entwicklungsphase. Jetzt geht es langsam los, die Hardware ist da und alle fangen an, fleißig zu entwickeln. Aber das hat halt auch ein bisschen gedauert, bis wir diesen Schritt gegangen sind. Und da stehen wir jetzt. Und jetzt haben wir wahrscheinlich alle auch schon mal gehört, was jetzt im Moment schon so alles so grundsätzlich möglich ist im Metaverse. Also man kann Immobilien kaufen, man kann seinen Avatare schöne Klamotten anziehen. Wo siehst du denn im Moment schon, also jetzt ganz aktuell, wo siehst du denn so die meiste Aktivität, die sich dann im jetzt schon bestehenden Metaverse gerade entfaltet? Ich glaube, das Spannendste aktuell ist, das sehen wir, weil es natürlich auch ein bisschen aus so einer Gaming-Ecke kommt, dass es im Bereich von Games sehr, sehr gut funktioniert. Das mag für einige jetzt erstmal weiter weg klingen, aber das hat gerade riesiges Potenzial, weil wir sehen, dass da auch ein relativ großer Markt ist, wo schon viel passiert. So, ihr habt ja auch in eurer Studie gezeigt, woran die Menschen so interessiert sind. Da war Gaming ja zum Beispiel auch dabei. Was ich noch so sehe, wo viele Menschen auch gerade eine Begeisterung für entwickeln, ist das ganze Thema Fitness, weil man es halt so komplett remote machen kann. Also die klassische Verlängerung eigentlich von Online-Videos, wo ich mal einen Yoga-Kurs mache oder sowas wie Paletten. Im Bereich von VR geht in den Bereich von Fitness auch total viel. Und Entertainment, also klassische Unterhaltung, 3D-Kinofilme in einer VR-Brille zu schauen, funktioniert jetzt schon großartig. Und das Schöne daran ist, ich muss das nicht alleine tun, sondern ich kann das mit FreundInnen machen oder anderen Bekannten. Und ich kann auch mit fremden Leuten ins Kino gehen. Und das ist so, in dem Entertainment-Bereich passiert jede Menge, auch abseits von Kino. Also man sieht große NBA-Teams zum Beispiel in den USA schon, dass die exklusive Sitzplätze verkaufen, ganz, ganz dicht am Spielfeldrand oder sogar teilweise mitten im Spielfeld. Und ich bin mitten in einem 360-Grad-Livestream mitten in einem Spiel dabei. Und das sind ganz, ganz große Potenziale. Wenn ich mir jetzt aber irgendwie anschaue, was du eben gesagt hast, so Immobilien und Land kaufen, das sehe ich persönlich gerade so ein bisschen kritischer. Und häufig wird es ja auch gerade so geframed, dass das Metaverse primär darum geht, dort irgendwo Land zu kaufen oder irgendetwas mit NFTs zu machen. Dieser Immobilienbereich hängt natürlich dann häufig mit der jeweiligen Plattform zusammen, wo ich dann irgendetwas kaufe. Und das ist halt im Moment gerade ziemlich spekulativ, weil man nicht weiß, welcher dieser Anbieter setzt sich eigentlich durch. Und das, was klassischerweise bei Immobilien gilt, dieses Lage, 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 das ist im digitalen Raum natürlich nochmal komplett was anderes. Weil irgendwie jedes Land und jeder Ort ist nur einen Klick und einen Katzensprung entfernt. Da ist das ganze Thema Land natürlich ein bisschen tricky im digitalen Raum. Aber die anderen drei Felder sind definitiv Bereiche, in denen wir aktuell ganz viel Potenzial sehen. Und darüber hinaus zukünftig ganz, ganz sicherlich noch das Thema Bildung im Bereich von B2C als auch B2B. Das heißt, im Moment sind wir dann so eigentlich in der Experimentierphase mit den ersten Ansätzen. Du hast jetzt gerade schon Bildung erwähnt. Ich habe tatsächlich schon von Hochschulen gehört, die jetzt auch die ersten Vorlösungen im Metaverse anbieten. Ist jetzt, glaube ich, noch keine Massenbewegung. Aber wo siehst du denn dann das große Potenzial über die nächsten wahrscheinlich drei, vier Jahre? Ist es der Entertainment-Bereich oder gibt es da noch andere, an die wir vielleicht heute noch gar nicht denken? Ich glaube, der Entertainment-Bereich ist einer, der sich jetzt gerade rasant entwickelt, wie eben gesagt. Da gibt es so die ersten Beispiele. Aber was ich besonders interessant finde, ist eigentlich das ganze Feld rund um Arbeit. Ich muss aber auch sagen, ich kann mir eigentlich keinen Bereich vorstellen, wo das Metaverse nicht eine Rolle spielt. Also da fehlt mir ehrlich gesagt die Fantasie zu sagen, irgendwo passt es überhaupt nicht. Gerade im B2B-Kontext ist das super interessant. Ich habe mehrere Meetings die Woche schon in VR. Das ist deutlich besser als jede Videokonferenz, die man so hat. Also wir könnten theoretisch den Podcast auch in VR aufzeichnen können. Wir hätten uns gemeinsam in einem virtuellen Raum getroffen und dann hätten wir das machen können. Also das ganze Thema Arbeit und das Umfeld da. Also auch wenn man sich anschaut in der Maschinenindustrie zum Beispiel, wie dann schon Trainings darin stattfinden in VR, wie eine Maschine zu bedienen ist. So da gibt es schon massenhaft Cases oder wie Trainings und Ausbildungen da so funktionieren. Also das ist zum Beispiel ein Riesenbereich. Ich habe gerade vor kurzem eine App getestet. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen im Bereich von Education eigentlich anzusiedeln oder beziehungsweise sagen wir Ausbildung, Weiterbildung. Da kannst du Präsentationen üben. Du kannst unterschiedliche Räume dir gestalten oder beziehungsweise kannst du sagen, kannst auswählen, ich möchte on stage sein, ich möchte in einem Meetingraum sein. Und dann kannst du deine echte Präsentation dort trainieren und üben. Und das Tool sagt dir danach, wie viel Prozent hast du dich eigentlich nach hinten umgedreht, um auf den Projektor zu schauen oder auf deine Notizen, die vor dir sind. Oder links und rechts in den Raum und wie schnell hast du gesprochen. Da gibt es ganz, ganz viele Training Sessions, die da schon sehr, sehr gut funktionieren. Und das finde ich das Interessante im Bereich von Arbeit, B2B, das da einzusetzen für Bildung, aber auch für Kommunikation untereinander. Und das sind für mich die großen Hebel, die da eigentlich bevorstehen. Und auch abseits von dem, was du eben schon gesagt hast, Studien und Lehrgänge, dass das eine, ich glaube, das Bildungswesen halt noch deutlich größer ist, wenn ich mich daran erinnere, wie in meiner Vergangenheit irgendwie Multimedia-Räume in Schulen gestaltet waren, irgendwie mit meinen 40 Jahren, da musste ich teilweise noch Projektorrollen bei einem Filmprojektor wechseln. Wenn ich mir das heute angucke und sage, SchülerInnen bekommen VR-Headsets aufgesetzt und die können ins alte Rom reisen, die können theoretisch dann zukünftig auch Sprachen so direkt viel interaktiver lernen, weil sie in Eins-zu-eins-Kommunikationen gehen, in gewissen Situationen und sowas, dann steckt da ein riesiges Potenzial drin und da glaube ich ganz, ganz stark dran. Also es ist Arbeit und Bildung die Schwerpunkte nochmal werden können. Vielleicht eine Sache, die du wahrscheinlich auch des Öfteren gehört hast, vor allem wenn man mit Leuten so in den 40ern und 50ern spricht, dann kommt ja immer sehr schnell das Thema hoch. Das erinnert alles so ein bisschen an Second Life. Das werden jetzt die unter 40-Jährigen wahrscheinlich nicht mehr kennen, aber Anfang der 2000er gab es schon einen relativ großen Hype um Second Life. Man hatte seinen Avatar und konnte verschiedenste Sachen machen. Man konnte eigentlich sein zweites Leben nochmal digital leben. Und das wird ja immer so ein bisschen auch als Kritik vorgebracht, dass man sagt, Second Life hat nicht so richtig funktioniert. Frage, was ist anders bei Metaverse und warum könnte es besser funktionieren? Also wir sind natürlich technisch deutlich weiter. Also ich erinnere mich auch noch, Alexander, ich bin in meinen 40 Jahren auch noch an Linden Dollar und an die ersten Gehversuche von Nike und Adidas, dort auch digitale Güter zu verkaufen. Man muss natürlich sagen, dass sowas wie Second Life eine komplette 2D-Umgebung war. Ich schaue auf einen Bildschirm, auf einen Monitor war es zu der Zeit und Second Life ist immer noch eine lebendige Community. Also es gibt es noch und da schaue ich halt drauf, aber ich sitze vor dem Rechner und steuere mich durch eine virtuelle Welt. Wenn wir jetzt über die Maximalvariante von Metaverse sprechen, also wirklich VR und Hardware auf dem Gesicht, dann ist das ein komplett anderes Erlebnis. Und vor allem haben wir jetzt die Internetbandbreiten, die auch ganz andere Erlebnisse ermöglichen. Und vor allem ist die Hardware halt einfach deutlich günstiger geworden als VR-Headsets noch vor vielen Jahren. So ein VR-Headset im Moment kostet im Schnitt 350 Euro, sage ich jetzt mal, so günstigere Varianten. Und das ist natürlich ein ganz anderer Zugang, den wir jetzt haben. Das ist deutlich günstiger als zum Beispiel jedes Smartphone. Und deswegen, da hat sich eine Menge getan und die Zeit von Second Life ist nicht ganz mit der heutigen vergleichbar. Und ich würde auch sagen, dass es eine stringente Weiterentwicklung eigentlich ist von dem, was wir da sehen. Also in meiner Studienzeit haben viele Leute World of Warcraft gespielt, also ein Online-Game, sage ich mal. Und da haben sie sich mit Menschen getroffen, die sie aus der Offline-Welt, aus der realen Welt kannten. Aber da waren auch Leute, mit denen sie gespielt haben, mit denen sie kommuniziert haben, die nicht aus der Offline-Welt waren, sondern die sie nur online kannten. Und da sind Ehen entstanden, da sind digitale Güter gehandelt worden, es gab Wettbewerbe untereinander. All diese Dinge haben stattgefunden, aber halt zweidimensional auf dem Screen. Und jetzt haben wir die Möglichkeiten, das halt wirklich in virtuellen Welten zu erleben. Und das ist halt die für mich tendenziell eher Weiterentwicklung und auch die stringente Weiterentwicklung von dem, was wir am Internet haben. Und deswegen auch von dem Ausgangspunkt, das Metaverse ist für mich die begehbare Variante des Internets. Also der Unterschied ist dann vor allem so eigentlich die User Experience. Ich bin in dem Raum und bin eigentlich im Bildschirm drin. So könnte man das gut zusammenfassen, ja. Okay. Vielleicht dazu auch noch ein Thema. Ich meine, jetzt sind wir natürlich so in einer Spezialsituation nach der Corona-Pandemie. Mussten sehr lange vor allem uns zu Hause aufhalten. Es gibt einen gewissen Hunger, jetzt rauszugehen. Ich glaube, alle Bars, alle Restaurants sind überall brechend voll. Die Leute wollen wieder auch im realen Leben was erleben. Wie passt denn das Metaverse jetzt genau in diese Zeit? Weil es ist natürlich die Online-Simulation des eigentlichen Lebens. Ist das die perfekte Zeit jetzt für das Metaverse, wenn wir eigentlich so einen anderen Trend gerade sehen? Ich glaube, das sind zwei Paar Schuhe. Also das Metaverse soll ja zum Beispiel in seiner Form, zumindest nach meiner und unserer Definition, soll es ja nicht das reale Leben ersetzen. Es soll da die Brücke schlagen, wo das reale Leben gerade nicht funktionieren und stattfinden kann. Ich habe vorhin zum Beispiel von Kino berichtet. In einem Kino komme ich zusammen, virtuell nur dann, wenn ich die Menschen real nicht treffen kann. Also jeden Videocall, den wir jetzt gemacht haben in Pandemiezeiten. Ganz viele Unternehmen haben dabei überhaupt manchmal erst Videocalls ermöglicht und überhaupt in Anführungsstrichen Telearbeit an der Stelle. Und da schlägt eigentlich die Brücke rein. Nicht reale Situationen zu ersetzen, sondern eigentlich zu sagen, da wo digital noch nicht die beste Lösung ist, da funktioniert das Metaverse schon deutlich besser. Wie gesagt, ein Videocall ist okay, aber ein virtuelles Meeting in VR in einem virtuellen Raum ist deutlich besser. Und dafür gibt es ganz viele Anwendungsszenarien. Und wir haben das im Privaten gelernt, dass wir mit Menschen viel, viel finanzter sind. Ich habe mit meiner Tante und meinem Onkel Videocalls gemacht, das habe ich früher nie gemacht. Ich habe die seltener gesehen. Jetzt sehe ich sie regelmäßiger, die sind irgendwo noch nicht direkt um die Ecke. Und da kann natürlich dann auch wieder das Thema Metaverse eine große Rolle spielen, wenn es um gemeinsame Erlebnisse geht, sich zu treffen, um räumliche Hürden eigentlich zu überwinden, wenn es halt nicht so regional ist. Und deswegen gar nicht als Ersatz für reale Welt, sondern überall da, wo Messenger-Dienste, Videocalls noch nicht die richtige Möglichkeit bieten, da ist das Metaverse dann ein super Ersatz bzw. eine Weiterentwicklung davon. Und das haben wir in Pandemiezeiten gelernt. Wir haben in Pandemiezeiten gelernt, viel, viel besser digital zu kommunizieren miteinander. Das ist besser geworden und das ist die Weiterentwicklung davon. Und deswegen ist das jetzt gerade eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, um sich mit dem Thema Metaverse auseinanderzusetzen. Jetzt sind die Konsumenten ja in mancherlei Hinsicht noch ein bisschen unsicher oder kritisch, was das Metaverse angeht, was sicher natürlich auch damit zu tun hat, dass es was ziemlich Neues ist, was man natürlich auch erst mal erfahren muss. Aber wir haben ja von den Leuten auch mal kürzlich eine Studie gemacht und haben Konsumenten befragt, wie sie das Metaverse sehen. Und zwei Dinge waren dabei, fand ich sehr spannend. Das eine war, es geht eigentlich ums Vertrauen in NFTs, es geht ums Vertrauen in Datenschutz und all diese Themen. Und die Frage ist, kann das tatsächlich das Metaverse grundsätzlich nochmal aufhalten? Kann es ein Showstopper sein oder wie kann man denn tatsächlich diese in manchen Ecken vorhandenen Widerständen überwinden? Also was muss den Konsumenten geboten werden, damit sie da auch gerne dann hineingehen? Also ich verstehe die Bedenken total, gerade wenn man noch nie so eine Brille aufgesetzt hat, dann ist das erstmal so ein Mysterium, was ich da vor der Nase habe irgendwie. Aber in dem Moment, in dem du immer drin warst, weißt du eigentlich auch, welche Daten du abgibst und wie du da agierst. Also das Thema Datenschutz treibt natürlich irgendwie alle um und wir haben da ja auch massig gesetzliche Regelungen, die da greifen. Und die greifen natürlich wie im Internet auch und an jeder anderen Stelle auch im Metaverse genauso. Also es ist ja kein rechtsfreier Raum in irgendeiner Art und Weise. Deswegen glaube ich, wenn Menschen das erlebt haben, werden sie verstehen, welche Daten könnten da theoretisch überhaupt von mir gesammelt werden, die auch so häufig gar nicht wirklich gesammelt werden. Und dann ist eigentlich viel interessanter, da wirklich einzusteigen. Und diese Befürchtung bezüglich Krypto und NFT und sowas, die kann ich auch nachvollziehen und das liegt ein bisschen daran, wie das Metaverse im Moment geframed wird. Ich habe das vorhin schon beim Thema Land auch so ein bisschen gesagt. Im Moment wird, gerade im deutschsprachigen Raum sagt man häufig, okay, Metaverse und da ist eigentlich direkt ein Gleichheitszeichen dahinter. Das ist NFTs plus Krypto plus Land kaufen. Das sind Dinge, die da eine Rolle spielen können, aber die nicht zwingend da eine Rolle spielen. Also zum Beispiel ersetze ich gerne, wenn ich darüber spreche, NFTs einfach durch digitale Güter. Das ist vollkommen Usus, gerade im Gaming-Bereich, sich mal ein Schwert oder sowas zu kaufen für ein Spiel oder irgendetwas anderes zu kaufen oder auch ein digitales Subscription-Modell irgendwie auszulösen. Dass es aber eigentlich erstmal im Kern sind, sind das digitale Güter, die ich kaufe und wie und womit ich die kaufe, ist nochmal etwas vollkommen anderes. Das kann Krypto, das kann NFT sein, also ein digitales Güter gleich NFT. Das kann aber auch ein digitales Gut sein, ohne dass es ein NFT ist. Und sobald die Menschen das verstehen, dass es eigentlich nichts anderes ist als ein In-App-Kauf irgendwie bei Apple oder bei Google, dann verstehen die Leute auch, dass da eigentlich gar keine Gefahr aus Krypto und NFT entsteht. Und ich glaube, in dem Moment, in dem immer mehr Menschen das erlebt haben, in dem Moment gehen diese Bedenken eigentlich relativ schnell irgendwie, verschwinden die eigentlich relativ schnell. Dann sind die vergangen. Eine andere Frage ist ja für die kurze und mittelfristige Entwicklung, wie dieses Metaverse denn eigentlich jetzt genau aussehen soll. Werden wir ein Metaverse haben, also ähnlich wie das Internet, für jeden zugänglich, für alle benutzbar, oder werden wir verschiedene Metaverses haben, je nach Provider? Was ist so deine Meinung? In welche Richtung werden wir uns da wahrscheinlich entwickeln, beziehungsweise in welche Richtung sollten wir uns da vielleicht auch entwickeln? Das Interessante ist, für mich ist das immer so ein bisschen eine Definitionssache. Für einige ist es so, dass eigentlich jede Anwendung im Metaverse quasi ein separates Metaverse ist. Für mich ist das Metaverse eigentlich gleich dem Internet, in Anführungsstrichen, und da drin gibt es dann unterschiedliche Anwendungsbeispiele. Deswegen würde ich eher davon sprechen, es gibt ein großes Metaverse, in dem es unterschiedliche Anwendungsfälle gibt. Und die Anwendungsfälle können dann mal durchlässig sein und mal nicht durchlässig sein. Das Interessante wird dann eigentlich sein, da bilden sich gerade die ersten Allianzen, und man spricht über Schnittstellen, um halt, wir haben eben über digitale Güter gesprochen, ich kaufe mir ein Cap, eine Mütze für meinen Avatar in einem Teil des Metaverse, also in einem Anwendungsfall, und das möchte ich dann aber von da nach B weiterbringen. Heißt, in irgendeinem Rennspiel habe ich vielleicht auch eine Mütze gewonnen oder sowas, setze die mir auf und möchte die aber das nächste Mal in irgendeinem Arbeitsmeeting tragen, dann müssen da ja Schnittstellen geschaffen werden. Und so gehen wir viel eher davon aus, dass wir sagen, okay, es muss diese Schnittstellen geben, es wird viele unterschiedliche Anwendungen geben. Wir haben auch eben schon darüber gesprochen, über Bildung, über Sport, über Entertainment, das werden im Teil einzelne Lösungen sein. Und für mich ist das eigentlich immer auch am einfachsten zu vergleichen, aktuell, wie man Entwicklung sieht, dass es ähnliche Modelle gibt, wie im Endeffekt auch bei Smartphones. Es gibt unterschiedliche Hardware-Produzenten, es gibt unterschiedliche Betriebssysteme, aber am Ende gibt es miteinander vernetzte Apps, sage ich jetzt in Anführungsstrichen mal. Also ich kann unterschiedliche Hardware nehmen, aber eigentlich läuft auf jeder Hardware die gleiche App zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich auch wieder Möglichkeiten, dass diese Apps Schnittstellen untereinander haben und miteinander kommunizieren können und so würde ich das im Moment sehen. Und ich glaube, das ist das, was im Moment so tricky ist, wenn man jetzt aktuell als Unternehmen entscheiden muss, auf welche dieser bestehenden Lösungen oder Apps, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, setze ich dann auf. Und da muss man jetzt gerade noch ein bisschen vorsichtig sein, aber auch da der Hinweis, man muss am Ende nicht in irgendein App-Ökosystem einsteigen, so ähnlich wie bei einem Smartphone, sondern es gibt auch im Metaverse genau das offene Web eigentlich auch. Das heißt, ich kann WebXR, so heißt die Anwendung, also man hat eine ganz normale URL. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen VR oder metaverse.deloid.de und wenn ich da draufgehe, komme ich in eure virtuelle Welt. Also es wird ein offenes System sein und bleiben mit Schnittstellen, manchmal ohne Schnittstellen. Das muss man dann immer sehen, wie das von Anwendungsfall zu Anwendungsfall am besten für die Menschen da draußen funktioniert und was sie gerade brauchen und wollen. Aber das heißt auch, wir können uns eigentlich oder die wünschenswerte Variante ist, es als das Internet zu sehen und auf dieser Plattform, auf dieser technischen Plattform bilden sich Apps, Allianzen, Ökosysteme, was auch immer, die dann miteinander kompatibel sind. Genau, aber an der Stelle zum Beispiel auch, also Exklusivität spielt natürlich auch in der Offline-Welt eine Rolle. Also natürlich wird es Bereiche im Metaverse geben, die komplett exklusiv sind. Also sei es durch, es bekommen gewisse Menschen Zugang dazu. Es gibt nur sehr spezielle Gruppen, die da zugelassen werden. Manchmal kann Exklusivität, ist ja auch was Interessantes, es gibt ja auch geschlossene Clubs, Vereine und Verbände, in die nicht jeder kommt. Ähnliches wirst du auch im Metaverse erleben und dann wird es aber genauso im Gegenzug ganz, ganz öffentliche Orte geben, wo jeder wieder dabei sein kann. Also alle Extreme, wollte ich gerade sagen, alle Varianten und Ausprägungen, die du in der realen Welt hast, wirst du da auch finden. Sehr, sehr private, geschlossene Ökosysteme und sehr, sehr offene. Ich fand es auch eine schöne Vorstellung, dass man die Mütze aus dem Spiel dann ins Arbeitsmeeting mitnimmt. Wenn sie passt ins Meeting auf jeden Fall. Du hast ja am Anfang gesagt, dass wir beim Metaverse eigentlich da sind, wo wir bei Smartphones oder Internet vor 15 Jahren gestanden sind. Vielleicht von daher, ich meine, das ist natürlich die eine Million Dollar Frage. Wie lange wird es denn noch dauern, bis das Metaverse sich tatsächlich so durchgesetzt hat, wie vielleicht heute Social Media, wie heute das Internet, sodass es ein Teil unseres Lebens geworden ist? Das ist, wie du schon sagst, das ist die größte Frage, die man sich so stellt und sich natürlich auch Investoren gerade stellen in dem Bereich. Wir sind wie gesagt am Anfang, es wäre komplette Glaskugel jetzt zu sagen, in drei Jahren oder in fünf Jahren ist genau das erreicht. Aber wenn man sich die Investments anschaut und auch die Entwicklungen, die man so über Monate sieht, die ich auch selber sehe, wenn ich in VR unterwegs bin, wie schnell sich einige App-Ökosysteme weiterentwickeln und wie schnell die sich auch mit Nutzern füllen, dann hat das schon eine echt ordentliche Geschwindigkeit angenommen. Und wie das oft so ist, deswegen habe ich auch anfangs Gaming gesagt, wird es Bereiche geben, in denen das schneller voranschreitet. Schauen wir uns die Gaming-Industrie abseits von Casual Gaming an, dann wird es im Gaming ganz, ganz schnell vorangehen. Im B2B-Kontext zum Beispiel, ganz interessant, ich habe neulich erfahren, dass ein CMO hat das erste Mal sein VR-Erlebnis gehabt, weil der Mann seiner Schwester ist im medizinischen Bereich tätig und da arbeiten die schon ziemlich lange mit VR-Brillen. Und dann hat der ihn ja mal quasi mitgenommen. Also es gibt unterschiedlichste Bereiche, in denen das schnell voranschreitet und andere Bereiche, in denen das ein bisschen langsamer ist. Ich gehe aber davon aus, dass wir über die nächsten drei, fünf Jahre sicherlich einiges an Fortschritt sehen werden und auch in der Durchdringung und Verbreitung. Und ich glaube, in einer Dekade sollten wir dann einfach den Podcast nochmal wiederholen, und dann wahrscheinlich in VR und dann mal schauen, wie der Status Quo dann eigentlich gerade so ist und unser Blick in die Glaskugel, ob das stimmt oder nicht. Ja, das sollten wir in jedem Fall machen. Wir können da gleich mal einen Termin einstellen. Vielleicht letzte Frage, auch der Zukunft zugewandt. Wenn du dir jetzt tatsächlich zehn Jahre nach vorne denkst, wie wird denn dein persönliches Leben dann in deinem Tagesablauf vom Metaverse beeinflusst sein? Was ist vielleicht anders als heute? Also zum Metaverse vielleicht da noch. Wir haben jetzt relativ stark über VR gesprochen. Das Metaverse wird ja auch in unterschiedlichen Dimensionen durchlässiger Ort sein. Das VR-Erlebnis ist die Maximalvariante des Metaverse, aber es wird uns durch den Tag begleiten. Also bei mir persönlich, weil ich sehr an Innovationen und sowas interessiert bin, bei mir wird das keine zehn Jahre dauern für das Bild, was ich jetzt irgendwie gerade zeichne. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich morgens aufstehen werde und mir auch immer geartete Brille oder etwas Ähnliches aufsetzen werde, indem ich dann schon meine Messages sehe, den Wetterbericht und das so als Layer drüber legt. Im Endeffekt ähnlich wie bei Google Glasses und sowas, was man schon in der Vergangenheit gekannt hat. Und dann werde ich mich irgendwann aufs Fahrrad begeben, zur Arbeit fahren und mir wird ein Layer in der Brille anzeigen, fahr mal heute nicht die Fahrradstrecke, sondern fahr die andere. Da ist eine Sperrung oder da sind mehr rote Ampeln, sowas in die Richtung. Und dann werde ich in so einer Mixed Reality Anwendung quasi meinen Tag so ein bisschen beginnen. Und dann werde ich im Laufe des Tages sicherlich mehrere VR-Meetings haben, so wie mein Tag jetzt ja auch schon zum Teil ist. Ich werde in virtuellen Meetingräumen sitzen, Präsentation halten, Workshops haben und so weiter. Und dann werde ich sicherlich die Brille wieder absetzen und den ganzen Tag da drin verbringen. Dann werde ich ganz normale Offline-Zeit haben, mit Menschen in der realen Welt interagieren und essen gehen und meinen normalen Lunch haben und all diese Dinge. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich abends, wie Menschen jetzt normalerweise auf dem Sofa sitzen, dann entweder nochmal eine Runde Sport einlege. Und ich habe wirklich den schlimmsten Muskelkater in den letzten zweieinhalb Jahren, habe ich durch Fitness in VR gehabt. Also das muss man wirklich sagen. Es ist wirklich krass, was da so passieren kann. Und dann sitze ich vielleicht einfach wie normal auf dem Sofa und treffe mich einfach nochmal mit Freunden in VR. Und wir schauen gemeinsam einen Film oder eine Serie und sprechen ein bisschen dazu. Und dann werde ich irgendwann ins Bett gehen, natürlich wieder komplett ohne Brille und Offline sein. Und so kann ich mir gut vorstellen, dass ein Standardtag in nicht allzu ferner Zukunft für mich aussehen wird mit dem Metaboss. Sehr schön. Das werden wir dann beim nächsten Podcast genauer überprüfen. Aber vielen Dank. War sehr spannend. Danke für deine Zeit und für das Gespräch. Sehr gerne. Danke dir. Danke fürs Reinhören und dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch eine Bewertung da, gerne auch 5 Sterne. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Wenn du mir eine persönliche Nachricht hinterlassen willst, mach das am besten über mein Profil auf LinkedIn. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag und eine erfolgreiche Woche. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag.